Schauen Sie einmal hier hin, kurz fast. Ja, ja, guck mal, ich wundere dich. Aber was ganz bedeutend ist, der Dieselersatzmotor wurde ersetzt durch eine Batterie, so dass die Fahrzeuge zukünftig rein elektrisch fahren. Der Bob fährt sich sehr gut, ich habe in meiner Laufbahn bei den Stadtwerken seit 29 Jahren schon sehr viele Fahrzeuge gefahren, muss aber sagen, der Bob war bis jetzt das Beste, was ich gefahren habe. Der ist sehr ruhig, der Wagen, auch im Fahrzeuginneren, sehr, sehr angenehm für Fahrer und Fahrgäste und er fährt sehr geschmeidig, er fährt sehr weich, also das Bremsen und Anfahren ist sehr, sehr weich. Das ist die Frage, soll ich wieder rein? Neben dem rein elektrischen Fahren ist natürlich dieses Zusammenwirken der verschiedenen Sektoren, im Bereich der Energie, der Umwelt, aber auch der Digitalisierung ein wichtiges Projekt. Das wird auch gefördert vom Bundesverkehrsministerium und das soll natürlich in die ganze Bundesrepublik Deutschland hinaus ausstrahlen. Wir haben auch sehr viele Anfragen von Verkehrsunternehmen aus der Bundesrepublik, auch aus deren Ausland, die sich natürlich hier darüber informieren, um daraus eben auch Dinge für ihre eigenen Betriebe abzuleiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.